was kannst du eigentlich hallo ich ja meine freunde hier ist der karsten wie angekündigt bin ich jetzt bei meinem schwager ein moment da ist er ja er hat sich zwei spinnen geholt zwei terraforsas noch kleine radkappen aber das wäre mal richtige bombers moment hat man die kamera rein der prosa stürme und terrafors ja die andere wusste ich jetzt nicht mehr einmal von elf jahren jahres und einmal von neun letzten jahr okay ziemlich klein also ja wie gesagt wird jetzt auch kein so langes video einfach nur mal sagt er hat auch soweit doch schon mal alles vorbereitet ich drehe mal das bild von einem moment so schon mal noch mal hier an den becken vorbei so hier sind schon mal die beiden kisten wo die beiden reinkommen und ja standard halt ein korb stück ja bis genau hier ein bisschen spacknum moos wasserschale ich sag mal alles was sie so brauchen das erste 34 heute können die darum land ja ich muss man sich halt gucken wie schnell die wachsen ja die machen schon sprung der terraforsas jetzt mache ich erst mal die stemme weil die hatte ich schon hier aus der filmdose rausgeholt ja musste gucken wie groß die sind ja die sind halt hier so eingewickelt wie ist sie ist sie da jetzt die sind hier in ist die spinne da drin in der watte ja ja die ist eingerollt so werden die halt sicher verpackt und wenn man und wenn man die aussehen quetscht die quetschte nicht okay wollen sich ein wie ziehe ich jetzt hier vorsichtig auseinander okay ich gehe mal ein bisschen näher ran auch da ist ja schon ja ja dann schauen wir mal das ist jetzt halt die stemme unbestimmt ne ja genau ja die werden für die andere box noch zu groß gewesen so jetzt nehme ich mal mein pinsel weil ich will nicht falls sie zu packt dass sie in eine pinzette rein weiß wenn die sich überhaupt raus locken lässt ja da kommst du schon das sieht gut aus ja sagt aber noch nicht dass genau schön in der höhle schon mal ob es muss ich das sehen und außen da ist ein faden dran kannst du zugesprungen schon ja das war schon mal nummer eins ne genau würde ich sagen deckel drauf alles klar weil die sonst ja genau von der haare her und so ja ja ich lass mal das nicht noch mit an das kommt noch ein bisschen besser wenn das handy nicht noch mit an ist ja die stelle ich schon mal der jahre ans regal rein obwohl jetzt mal noch mal kurz aus will ich ja nicht denn so da hast du dann den ersten koffer stehen genau das sind halt diese action dosen der dennis der nutzt sie halt auch von dann habe ich hier zwar schon vorbereitet größere aber da werden die untergegangen drin das wäre zu groß noch also hast du vor die halt von nach und danach da und und dann noch mal und von da in noch mal 50 60er becken also quasi jetzt hier wo deine blondie drin ist genau aber dass das dauert ja 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 ein jahr ja aber dann brauchst du auf jeden fall noch mal zwei solche becken minimum ja die kommen dann hier vor der wand okay alles klar so jetzt kommt die apophysis dies natürlich noch kleiner weil ich von von november dies von november letzten jahres okay und die andere war von september september ok so deckel ab so sehr präsidiert das was hier auch wieder so ein knödelchen genau das knödelchen raus ok macht aber trotzdem auch nicht jeder die spinnen so knödel reinpacken doch doch echt jetzt das ist eigentlich gängige methode weil so haben die keine erschütterung wenn du die so da rein gepackt hättest dann werden die trotzdem hin und her gewackelt ok die scheint aber auch so groß schon zu sein vielleicht eine heutung davor würde ich sagen da ist es schon guck mal auch ist die schön schön mit den hellen taps an ja das verliert sich aber irgendwann also hast du jetzt drei bombas drei terafosa einmal die blondie als adultes weibchen oder fast adult gibt es noch eine das sind die drei das ist terafosa apophysis moment die sieht auch schon gut im futter aus also da brauche ich auch großartig nichts mehr füttern der abdomen ist schon ziemlich prall ja vielleicht ein kleines heimchen oder nicht heimchen hier sehr schönes tier steppengrille oder normal ja vor allen dingen der größte sagst du auch sind es noch bezahlbar ne ja aber du weißt jetzt hat wie er nicht was es ist genau die sind halt unbestimmt aber trotzdem wirst du wirst du locker anderthalb jahre zwei jahre deine freude daran haben bis sie groß sind ok haben wir es ja schon so ein schönes schönes kurzes video nicht wie mein letztes zwei stunden aber trotzdem sehenswert aber wenn man schon soweit alles vorbereitet hat dann geht dann ist das auch kein problem ich halte noch einmal drauf für euch und jetzt kommt der deckel alles klar zu die kiste dann gucken wir noch wo du sie hinstellst ja so kann man das machen aber wie gesagt freunde wenn ihr jetzt anfänger seid und gerade mit dem hobby spinn anfang oder was das sind schon wirklich dann die absoluten brechmänner an anspinnen also das sollte man sich dann überlegen ob man vielleicht doch besser erst mal mit nach mit einer brachypelma anfängt genicolata genau genicolata anfängt so was sie immer draußen sitzen ich gucke mal einmal da sitzt eine paravanna da hinten sitzt eine genicolata genau da ist die dicke geni da hinten die ist auch ja so genau die paravanna habe ich ja auch in der ein kiste drin sehr schöne tiere also ich denke mal dass sie halt schon geeigneter sind bevor man halt hier im moment was soll das für die elektrik besucht die ich dir letztens geschickt ist dass die zicke ja also da wäre schon geil sie von mann hätte da auch schon wieder so komisch ja versuchen eine grölle reinzuwerfen so auch konnt zu machen aber man sieht ja nicht viel oder muss ich schon wieder alles zugesprochen hat ich stelle mich mal hier hin und schmeißen aber dran warte mal mich die meinem hoch hier ist auch noch eine schöne die auch ratung ist ja auch sehr schön dann meistens wenn ich spreche dann fängt die an zu klopfen recht ja hier oben ist auch noch eine elektrik auch draußen hat ja schmeißen wir was rein ich glaube ich habe eine ganz gute position versuchen wir schauen ist aber ein bisschen gar sich jetzt mal so mal die gleich steil mal gucken ob sie bock hat die hat bock auf jeden fall hat die bock ja die richtung ist gut ja ja mach mal krach ja dann darf du mir ja super tiere gefahren richtig gut deswegen habe ich auch vier stück davon ja ist jetzt auch schön dass sie so draußen sitzt ja ich bleib mal dran ich glaube das könnte noch was werden freunde das könnte gut sein position passt auch dein sitze geduld geduld jetzt weiß ich ob ihr was sie vergessen hat mein stativ echt zack erst mal einen kaffee schlürfen gehen und dann gucken ob es was geworden ist so ja wenn man darauf wartet ist ein geduldsspiel aber es macht auch spaß ganz ehrlich auch nachts wie gesagt wenn man dann versucht irgendwie was schön vor die linse zu bekommen ja es gibt so ein paar spinnen oder was da hat man das gefühl die spüren das und dann tun sie absichtlich nichts machen und warten wirklich bis du weg bist zum beispiel die mingazellulitis jetzt auch anders heißt ja so ich mach mal ganz kurz auf pause da muss ich mal eben kratzen so sonst füttern wir erst mal eine andere daris pentaloris heißt die und die hat sich da ja schön und das blatt ne genau die hat zwar so eine höhle bekommen aber was und gt oder in wd für tiere wie die ok und da war ja jetzt eigentlich hier vorne ihre höhle aber die hat sich jetzt irgendwie findet ihr das toll schön schön cool ist auch noch richtig hübsche davus pentaloris hier tut sich noch nichts obwohl die grille ist auf jeden fall wieder ja ich habe mir auf jeden fall nie wieder diese schwarzen grillen wie heißen die noch mal das sind die stinken mittelmeer ja sie kommt sie dreht sich ja das ist dies ein bisschen nervös wenn da ein bisschen zu laut ist oder ja die spürt das alles hier durch diese fehlen ist mal schauen ob sie sich umdreht kommt die sonne doch raus heute muss ich gleich die schale sie wieder runter machen mal direkte sonneneinstrahlung sollen die auch nicht so bekommen ja wir waren ja am wochenende bei meinem ehemaligen kollegen und er hat ja die hammer bekommen von mir und die haben die auf der fensterbank stehen und da habe ich ihm schon gesagt also wenn es richtung sommer geht oder was ja ja die machen die jalousie dann eh immer runter und ich sage ja auf jeden fall weil wie gesagt also die sonneneinstrahlung ist dann ist das wie ein backofen für die tiere ja das wäre nicht so gut das sollte man auf der fensterbank dann nicht machen ich meine die ziehen sich schon zurück aber muss halt nicht sein ja die sonne durch das glas dass die hitze wird noch mehr verstärkt und das ist nicht so prägerlich gewächshaus genau so also die grille checkt auf jeden fall noch gar nichts weil wenn die was merken dann können wir auch in so eine starre verfallen ja echt und können eine stunde echt sich nicht bewegen das ist unfassbar wenn die elektrik jetzt hunger hätte dann wäre die auch schon drauf gegangen obwohl carapax ja quatsch das abtom es geht ne geht meinst du wärst du schon längst drauf wenn ich jetzt die kamera ausmache dann dann geht sie drauf und dann geht sie drauf nummer dass die verarscht mich jetzt fast bei unfassbar freunde ich mache noch mal auf pause so hier haben auf die teraphrosa blondie halten so gut es geht da ist auch schon klopper ist das ne ja und hier und hier an du sonst klaut ich mir gleich mein handy doch das war ja die klasse auslockenden winzeln aber ja will die futter und ich habe momentan nichts dafür so hier tut sich nichts freunde ist auch nicht schlimm weil ich sagen machen wir erst mal hier werden kann ja kleines unboxing und zwei teraphrosa umgesetzt relativ unspektakulär aber klein sind ist das klar das wird auf jeden fall interessanter wenn du sie halt dann von daher dann wird das auf jeden fall interessanter freunde und das video ist dann auf jeden fall das ist dann schon was anderes also wenn die größer sind und dann halt auch wenn man es falsch angeht und die haben bombardieren sind oder so dann hat sich mehr handschuhe schutzbrille da muss man dann schon anders damit umgehen oder man versucht das wirklich voreinander zu stellen also das alte und das neue becken halt so dass die spinne dann halt quasi von alleine hat rüber läuft das ist eigentlich am stress freisten dauert zwar ein bisschen länger da muss man halt sich immer was vereinfachen lassen wie man die halt passend voreinander stellt dass ich bin auch wirklich auf direkten wege halt rein geht vielleicht ein bisschen am bein mal anstupsen oder so aber mehr auch nicht mehr deswegen dass sie gar nicht so anfängt zu bombardieren oder so ist aber schwierig bei ja auch wenn die erst mal selbstbewusst werden ja dann wenn die so eine passende größe haben ja ja dann machen die schon kette ja ich würde sagen dann haben wir es erst mal wieder soweit ich hoffe das video hat euch gefallen verabschiede mich erst mal ne schwager genau wie ich sagen wir schauen mal nächsten live stream geht es erst mal ums zocken freitag der bock hat schaut gerne mal rein freitag abend und ja schreibt in die kommentare wir sehen uns bis dahin ciao auf wiedersehen abend und ja schreibt in die kommentare wir sehen uns mit einem Musik Musik